Na toll, da hätte ich ja auch Nova nehmen können. Aber die Karte ist zum Beispiel auch perfekt für die Eule. Weil alle Tempel sind in einer Linie. Und wenn zwei sind, kannst du sie immer dahin schicken und die nerven. Und wenn du Glück hast, killst du sogar einen damit. Das ist mir auch schon oft passiert. Ja, aber solltest du Achievements geben. Ja, solltest du es auch. Das war so krass. In einem Heldenligaspiel hatte ich so ein Glück mit der Eule. Ich habe neun Deathblows gemacht. In einem Heldenligaspiel. Echt krass. Einfach nur, weil ich die immer auf einem Minimap gesehen habe. Da sind die Eule hingeschickt. Und wenn ich Glück hatte, bam, kill, lol. Ja, okay. So. Wie du für den fetten Diablo auf dem kleinen Pony sitzt. Oh ja. Versuch mal gleich den, äh, weil wir jetzt zu zweit sind. Versuch mal gleich den Stun auf E nicht direkt raus zu spammen. Sondern zu machen, wenn ich den rumhebe, weißt du. Das ist natürlich ein bisschen Badluck. Du hast Moral auf der Mittellane. Und zurück. Na, ist egal. Jetzt zu spät. Komm zurück. Komm zurück. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Ich bin zu früh. Argenal. Das muss ich zugeben. Sehr gut, so wird es gemacht. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Camp Kill him first and more all Der hat das Spiel auch noch nicht so lange gespielt Und zu töten während Mualis noch sein Heal Beam drauf hat Ist echt Naja Sollen wir lieber aufpassen dass er selber was fehlt Was ist das denn passiert? Ich hab mich gefressen Achso deswegen ich hab dich gar nicht gesehen Ich bin übelst dumm was wir hier machen eigentlich Oh egal Ja und ja zum Tarnfall Ja vor allem kämpfen wir an den Gebäuden die die ganze Zeit auf uns drauf ballern Ich bin mit Top oder Bot? Okay mit Top oder Bot? Bot? Oh Top sind die doch jetzt alle oder? Jo Ja dann können wir auch auf den Weg mal eben kurz hier Aufräumen Ja Jo Geht so aus als kommen die runter? Ich mach bestimmt Boss Bei dem gucken gehen Ja die nehmen welchen Tempel? Na gut Mal killen wir jetzt nicht mehr Du hast den einen der da am Tempel hängt Ja Du hast den einen der da am Tempel hängt Ulti 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 Zu spät Was war das denn? Hast du da ne Ulti auf Cooldown Mali oder was? Ne Achso So aber noch nicht gedrückt ja Ja Und Stun Und Hunter Mark Und Eule Ja Das hab ich gemacht Was haste? Den Rest hab ich gemacht Ok Ich weiß nicht nach den dritten Ulti müsste eigentlich jeder verstanden haben Was du Werner drücken soll oder? Hup hu Ulti 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 Ja das ist halt ein heal over time ne Wenn du den drückst wenn alle fast tot sind Ja, ich werde noch gar nicht vermütet. Jo. Seine Reaktionen sind ja ein bisschen behindert. Das macht nichts. Guck mal da, bringt Greymane was mit. Wir sind am Ball. Stun, 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 Hunter's Mark. Guck mal da. 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 Das ist erst der Anfang. Unser Verbündeter braucht Hilfe. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Ich mach mal da. Guck mal da. Also, D mein ich. Ja, hab das. Ach, Durand hat auch ein D? Ja klar, auf Warte, schau mal. Go, go, Camp. Das Licht, der Sonne, in Tempel, wird stärker. Schon bald, werden sie in der ganzen Hellen. Halt's not. Gott. Das Hauptproblem ist, wir haben Irgendwie, weiß ich nicht, zu wenig Damage oder so durch die Nova Ich weiß es auch nicht Ich komme auch nicht richtig dazu, mein Damage auszuspielen Ja klar, du bist ja auch am Platz hier, ne? Ja Nicht Oberextend, du bist ganz alleine Ja, ich weiß Oh no Achtung Ja, das war ne schöne Eule Spürt den Hass von 10 Tassen Den Nova lässt uns auch hart im Stich, ne? Klar Das Nova, man Erwartest du, dass die Präzisionsschlag reinhaut oder so? Ne, der doch einfach schussgeskillt Ah Da siehst du schon Das war nicht gut, Beineberg Ja Timo, bei 20 hast du mir gesagt, ich soll die Zeit Nein, die Ulti, das Erste Ja, vorbei Bin froh, dass wir so einen Profi dabei hatten Macht sie dir Spaß, die Tyrande? Ja, mittlerweile einer meiner Lieblingsheroes Ich weiß nicht, ich fand die gerade nicht so cool, aber ich habe die auch das erste Mal wirklich gespielt Ja, klar Ja, dann ist ja klar, ich fand die am Anfang auch nicht cool Ich habe echt die auf 6 gespielt und fand die echt nicht gut Und habe die jetzt erst vor kurzem wieder, ja, war es richtig geskillt Ähm, vor kurzem wieder ausgepackt, weil die halt so unglaublich stark ist Und, ja Der Phallus ist da Und, ja, dann ist das